Nimm! Vorfahren! L-3 aufrein! Das war's für heute. Gute Arbeit Leute, sobald wir den Platoon-Legpoint haben, geht's ab in den Generatorraum, weil es ist eh vorbei, ist nie groß. Leute, ab zum Generator. Spannende Strecke. Alpha. Man geht drüber zum Bravo und zum Titan-Legpoint ist das Zehn, dass es 강 focus. Also Alpha, Bravo, Titan-Legpoint. Untertitelung des ZDF, 2020 Kommt ran Leute, kommt ran! Alpha, Bravo, Charm am Platon! Check via 곳, Schmieren und Schm рав, Spuren und Schmieren zu schlag! Okay, Leute, ich habe vorgerannt, dass der am Teleport entfernt wurde. Schauen wir ihn rum. Besuchen wir uns eine andere Front. Leute, wir fahren ab zum Warp Gates, dann fliegen wir mal gegen die Vanos. Ja, wir kommen jetzt nach. Ich komme jetzt mit Vorgash und Beowulf nach. Auf welchen Kontinent bitte? Ja, wir kommen jetzt nach. Ja, wir kommen jetzt nach. Okay, Charlie 7, Charlie 5 noch rein. Okay, dann geht's los. Abflug. Bleib Richtung Batonweg, point. Bitte eine Mitfahrgelegenheit gebraucht. Oh. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020